Bei CHOICES machen wir zwei Sachen. Einerseits haben wir eine App entwickelt für Kunden, die ihnen hilft auf Basis ihrem Geschmack, sich in der Welt von Mode, Möbel, Filmen und weiteren Kategorien zurechtzufinden und schnell Produkte und Dienstleistungen wie Restaurants finden, die ihnen gut gefallen. Bei CHOICES Lab, unserem B2B-Arm, entwickeln wir sogenannte Chat-Roboter, die Firmen helfen auf Plattformen wie Facebook Messenger effizient mit ihren Kunden zu kommunizieren. Zum Beispiel für Kundenumfragen, für Promotionen von neuen Produkten oder für Kundenservice-Aufragen. Die grösste Herausforderung ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche ist, dass man Lösungen entwickelt, die einen Mehrwert bieten für den Kunden. Dass man nicht versucht, Sachen zu erfinden, die es schon gibt, und sich auf das konzentriert, was sonst noch niemand macht. Startups.ch hat uns super bei dem unterstützt, was man selber nicht so gut könnte, nämlich bei rechtlichen Themen. Die FINDE AG nimmt uns alle Buchhaltungsthemen ab, auch Mehrwertsteuerabrechnung, Steuererklärung etc. und das ist eine wunderbare Partnerschaft. Unsere Vision ist, uns als Pionier für Chatbots und insbesondere künstliche Intelligenz in Chatbots zu positionieren, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in internationalen Medien. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.